Musik Immer wieder veranstalten die freiheitlichen Arbeitnehmervertreter gemeinsame Ausflüge. Diesmal ging es nach einer Wanderung zu einer gemeinsamen Schifffahrt auf dem Neusiedlersee. Diese Veranstaltungen dienen neben der Unterhaltung den gemeinsamen Erfahrungsaustausch. Neben dem Kamerad Siegfried Zeltner nahm auch der Bundesobmann der freiheitlichen Arbeitnehmer Bernhard Rösch und Landesobmann Stellvertreter Johann Tschürz an dieser Veranstaltung teil. Auf der Schifffahrt wurde dann neben guter Unterhaltung und Livemusik auch einiges über die bevorstehende Arbeit der Kamerwahl gesprochen. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen in Ihrem Seehof der Freistaat Rust als Bürgermeister. Und der Herr Landers hat mir Stellvertreter, der Landers hat mir immer zu hören, der Stellvertreter, das ist so. Er hat gesagt, dass Rust ist die schönste Stadt des Burgenlandes, historisch wichtig und das ist auch richtig so. Das weißt nicht nur du, das weißt eigentlich jeder. Auch über das Burgenland, genau. Ich darf begrüßen den Herrn Landeshauptmann, stellvertretend jetzt offiziell, den Hans Tschürz, einen lieben und alten Freund von mir. Seit vielen, vielen Jahren, wo er nicht in dieser Funktion war, er war trotzdem mein Freund. Herzlich willkommen. Ich darf begrüßen die Obmänner, den Herrn Bundesobmann, den Herrn Landesobmann und den Herrn Nationalrat und Gemeinderat der Freistaat Rust. Meine Herren, herzlich willkommen. Fühlen Sie sich wohl, den Christian, die ich nicht extra willkommen heiße. Ja, danke natürlich, dass Sie nach Rust gekommen sind. Freut mich hier, dass ich Sie begrüßen darf. Nachdem ich ein paar Mal im FPÖ-Büro oder beim Landeshauptmann im Büro bin und mich dort ein wenig um die Weingüte kümmere und auch eine Prüfung vornehme vor Ort, ohne Protokoll, aber auch in der Dauer so zwischen drei und vier Stunden, hat mir der Sieg einmal angesprochen und gesagt, hörst du, was hältst du davon? Wir gehen in Rust wandern und mache eine kurze Begrüßung und begrüße meine Leute, meine Kolleginnen und Kollegen. Und da habe ich natürlich sofort zugesagt. Und es freut mich, dass Sie heute da sind, dass ich Sie hier heute begrüßen darf. Ich glaube, ich jeden mit Handschlag und der Bürgermeister macht, dass so normalerweise meine Gäste begrüßt, dass sie jeden persönlich begrüßt, dass ich Sie hier im Seehof der Freistaat Rust begrüßen darf. Sie sehen hier sehr viele Aufschriften, Weinakademie ist hier untergebracht, das ist da hinten. Links hinter mir, oder rechts von Ihnen, ist der Musikverein, oben ist der Festsaal, da vorne im ersten Stock die Barockräume. Hier wird, oder auch der Gemeinderatssitzungssaal ist hier untergebracht, hier wird diskutiert, hier werden Dinge beschlossen und nach jeder Gemeinderatssitzung, das haben wir uns so eingeführt, gibt es ein Glas Wein, oder zwei, oder wie jeder will, oder jede. Und da werden sehr viele Dinge besprochen im Nachhinein. Vielleicht ist das für eine Landtagssitzung auch nicht so schlecht, aber die dauern eh bis Mitternacht, ich weiß nicht, was da noch Platz ist. Und dann reden wir sehr viel drüber und das stärkt auch die Freundschaft unter den Parteien. Und ich darf schon sagen, dass wir in Rust ein gutes Verhältnis haben, zwischen den Parteien. Und wir das sehr amikal erledigen und fast alles einstimmig machen. Hier und da ist der Riese ein bisschen aufmümpfig und was der beim Budget und so, aber was soll ich. Aber ich verstehe das auch und das ist auch in Ordnung so und so funktioniert die Demokratie. Ja, Rust ist eine sehr vermögende Gemeinde, hört schon auf, ich habe gesagt, fünf Minuten maximal. Wir haben sehr viel Liegenschaftsbesitz. Sie haben wahrscheinlich die Altstadt noch nicht gesehen. Wir haben im Vorjahr ein großes Bürgerspital saniert, um 2,8 Millionen Euro. Wir haben ein Stadtmuseum in der Altstadt, das Rathaus selber, alles Gebäude. Die mehr als 300 Jahre alt sind und natürlich auch entsprechend kosten. Ich darf mich bedanken beim Land Burgenland für die großartige Unterstützung, wenn wir auch Dinge sanieren. Wo wir dann wirklich den Partnerland Burgenland brauchen. Und das ist der Hans auch einer davon. Einer, der zweite ist der Hans, auch ein Hans. Die beiden Hänse, Daniel Esel, Daniel Tertz, helfen uns wirklich sehr. Und dafür wirklich ein herzliches Dankeschön, sonst wäre das nicht möglich. Und auch euer Geld ist hier hereingeflossen in die Sanierung dieses Gebäudes. Jetzt herr ich auf, wünsche Ihnen wirklich einen schönen Aufenthalt in der Freistaat Rust. Ich hoffe, Sie haben die Wanderung unter der fachkundigen Leitung von Christian Ries genossen durch die Weingärten der Freistaat Rust. Und dass Sie sich hier jetzt wohlfühlen. Ich glaube, um 13 Uhr geht es weiter. Siege, da habe ich es im Kopf. Und wünsche Ihnen eine schöne Bootsfahrt. Sollte der Sturm aufkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit Unterstützung des Landeshauptmanns-Stellvertretters haben wir ein tolles Feuerwehrboot. Ich hole Sie ab. Ich hole Sie ab. Ich verspreche Ihnen das in die Hand. Keine Angst, bei Sturm kommt der Stagl und die Feuerwehr. Okay, in diesem Sinne. Schönen Aufenthalt in der Freistaat Rust. Herzlichen Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister. Gerald, du bist wirklich in den letzten Jahren ein ganz, ganz toller Freund geworden. Vielen, vielen Dank dafür. Und ihr seht, es geht über Parteigrenzen hinweg. Da gibt es keine Parteipolitik und so soll es letztendlich auch sein. Vielen, vielen Dank für diesen Empfang. Ja, ich freue mich besonders, dass unser Landeshauptmanns-Stellvertreter Hans Stürz heute zu uns gekommen ist. Hans, herzlich willkommen. Auch unser Nationalratsabgeordneter, der Christian Ries, der hat also schon die Wanderroute ausgesteckt und der ist wirklich mit einem Gömmering-Schirm voraus und hat das ganz, ganz toll organisiert. Die Labstelle eingerichtet. Herzlichen Dank dafür. Und unterstützt wurde er von unserem Kamerad, von Alexander Reinbrecht. Der hat sich also jetzt ganz in den Hintergrund rückgezogen. Servus. Dankeschön. Und auch für den Landtagsabgeordneten, die Karin Stammflüße unter uns. Wenn du heute mit gewesen wärst, es ist ja für Tierschutz zuständig. Und die Schüsse, die wir gehört haben im Maingarten, das war also keine Jagdgesellschaft, sondern der Herr Bürgermeister hat uns aufgeklärt. Das ist also für die Spätlesen und für den Eiswein also die Stadionbekämpfung. Also es ist niemandem zu Schaden gekommen. Es wollten schon ein paar Entdeckungen gehen von uns, aber es war also nicht sehr gefährlich. Ich freue mich, dass wir heute einen schönen sonnigen Tag haben. Um circa 10 vor 1 bitte ich euch dann also gleich vis-à-vis auf Schiff zu kommen. Boarding ist angesagt. Und vielen, vielen Dank, dass ihr unsere Veranstaltung uns unterstützt. Und ich darf jetzt unseren Bundesobmann, der ja morgen neu gewählt wird, so hoffe ich, Bernhard Rösch noch einen Rednerbult bitten. Danke. Ja, lieber Herr Bürgermeister, lieber Hans, liebe Freunde. Mit vielen durfte ich heute ja schon durch das schöne Rust wandern, durch die Weinberge und so weiter. Das ist halt immer wieder auch ein Anlass, den ich gerne annehme, weil es einfach auch dazu dient, dass wir praktisch uns austauschen, dass wir nicht immer nur in das Facebook hineinschauen oder in das WhatsApp oder sonstige andere Gruppen und da unsere Informationen bekommen, weil das sind Halbinformationen, wo wir nicht alles ausreden können. Wir alle wissen ganz einfach, dass im digitalen Zeitalter viele Veränderungen auf uns zukommen. Und das ist ja auch der Punkt, der uns jetzt dann bei den Arbeiterkammerwahlen in Zukunft praktisch bewegen wird, der uns herausfordern wird, weil die Arbeit verändert sich, die Gesellschaft verändert sich. Das heißt also nicht nur, dass alles wegfällt, obwohl wir immer wieder hören, dass die Roboter irgendwo etwas anderes übernehmen werden, was wir früher gemacht haben, sondern es gibt dann auch andere Chancen, andere Berufe. Und um eben genau diese Herausforderungen und in dem Jetzt und wo wir uns befinden, in der Herausforderung, um das austauschen zu können und in der Politik, damit wir auch wissen, was berührt euch. Und deswegen ist es auch für uns eine große Herausforderung, eben bei solchen Events dabei zu sein. Und durch angeregte Gespräche erfahren wir ganz einfach, aha, das, wie wir das eingeschätzt haben, ist vielleicht doch nicht ganz so. Und deswegen ist es nicht nur der Freizeitcharakter, den das heute hat, sondern ist es auch der Austauschcharakter, die Kommunikation, die so wichtig ist. Und ich danke euch allen, dass ihr da gekommen seid und mir auch die Möglichkeit gebt für das eine oder andere Gespräch. Und dem Sieg, muss ich sagen, er hat irgendwo seinen Beruf verfehlt, weil du machst immer wieder solche Wandertage. Es ist immer herrliches Wetter. Ich glaube, als Weddingplaner hättest du da wesentlich mehr Chancen, weil jeder will ja eine schöne Hochzeit haben. Natürlich wie auch einen schönen Wandertag, aber das machst du jedes Mal hervorragend. Du musst mir noch sagen, wo du den Tipp immer herkriegst, dass es an diesen Tagen immer ein schönes Wetter hat. Und ich wünsche ein gutes Gelingen noch des Festes am See. Und ich glaube, der Herr Landeshauptmann wird auch noch ein paar Worte an uns richten wollen. Herr Bernhard, die Manuela hat mir gerade einen Wink gegeben wegen der Wedding-Geschichte. Sie stelle mich gerne zur Verfügung, denn ich glaube, in Altossee ist es für dich in Planung. Sehr, sehr gerne mache ich da den Termin. Die Manuela wird sich freuen. Ich habe vergessen, also unsere Gruppe aus dem Südburgenland. Herzlichst willkommen. Und auch die Obfrau des Familienverbandes. Ja, herzlich willkommen, aus dem man sich nicht klar hat. Lieber Hans, ich darf dich bitten, jetzt einmal ein paar Worte. Ja, okay, schätzte Festgäste. Was ist das, Sigi? Jetzt hast du noch jemanden vergessen und der Geriager. Das ist ja unsere Abgeordnete Karin Stapfel, der schon ganz grand... Oh, oder? Küsst einer, der Priesterner. Gut, ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Sigi, als Veranstalter, Herr Bundesobmann der freiheitlichen Arbeitnehmer. Ja, es freut mich ganz besonders, dass ich heute mit euch auf den Skifadl ein bisschen mitfahren darf. Dief ist ein netter See, das heißt, passieren wird uns nicht sehr viel. Aber wenn ich die Worte des Herrn Bürgermeistern ein bisschen nachvollziehen darf, dann hat er insofern recht, indem er ganz genau weiß, welche Weine habe ich im Büro. Das heißt, wenn er zu mir kommt auf einen Termin, da hat die Petra Pfarrkirchner das letzte Mal wirklich nicht gut gearbeitet, weil der Termin war eingetragen für eine halbe Stunde und wir hätten eigentlich vier Stunden gebraucht. Aber das müssen wir wahrscheinlich irgendwie nachholen. Nein, Spaß beiseite. Also, es ist wirklich bemerkenswert, dass der Gerry als Bürgermeister der Freistaat Ruster, und deshalb ist er ja Bürgermeister und wahrscheinlich ist er unappellbar, mit seiner freundlichen Art und insgesamt mit seinem Zutun, was er hat, wirklich sehr beliebt ist. Der Christian Ries hat halt sein Problem, aber ich glaube... Aber Christian, vielleicht geht... Er geht eh vor, die Invention ist eh um 15 Jahre alt, also vielleicht geht es sich da und aus irgendwie. In der Fall, Dankeschön, dass wir heute bei dir in Russ sein können, Dankeschön Siegfried Zeltner, dass du diese Schifffahrt wieder organisiert hast, ich habe gehört vorhin, so war das auch ganz toll, und ich glaube, dass wir alle eh nicht zu viel Kilo haben, das heißt, wir werden eh nicht untergehen, es gibt eh eine Grenze und außerdem ist der See eh nicht so tief. In der gesamten Situation betrachtet für den heutigen Tag möchte ich nur eines noch hinzufügen, dass wir den Sonnenschein wahrscheinlich gepachtet haben, das schöne Wetter gepachtet haben, und deshalb wünsche ich uns wirklich einen schönen Nachmittag. Bitte nicht zweitauselohnert beim Schiff, nicht, dass ein OE voll dort irgend so in der Richtung auf jeden Fall alles Gute. Danke Sieg, danke Herr Bürgermeister, und ich wünsche uns einen wunderschönen Tag. Applaus Jetzt kommen wir schon vorhin. Können wir schon vorhin nicht so? Nein! Ja, ja! Ja! Ja, ja! Ja, ja! 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 Die Möhrin und Engel Lauf mir die Fahnen. Grüß mir die Haare, Matanga, grüß mir die Haare. Ich bin der Kellebruch, und in der Nacht und in der Nacht. Grüß mir die Haare, Matanga, grüß mir die Haare. Bravo!